und hier runter und hier hin ja mensch jetzt sieht er schön aus der berg you painted the mountain already i can't believe this how are you doing everything i order used to so quickly you should be exhausted i mean you have shown you are an extremely capable soldier in fact so capable that i think you're ready for this next task i want you to walk across a tight rope to amuse your fellow soldiers the coordinates are in your quest book so go put on a show ja das habe ich schon gesehen okay jetzt müssen wir dahin wo die leitern waren das hat mich ja schon irgendwie gewundert und dann müssen wir den seiltänzer machen ist eigentlich unseren spiel quer halten um zu balancieren so die frage wie komme ich da eigentlich hin wie komme ich denn dahin und im dunkeln ist das jetzt auch nicht so geil hier hoch vielleicht von da drüben oder ich glaube da muss ich noch eins höher hier dann hier runter darüber hier ok ha 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 nett aber wie registriert dass das dann hier auch noch überall quer verbindungen was ist das ziel also ist er wirklich einfach verrückt und durch geknallt und hier sind kanonen oder hat das doch irgendein bewandtnis der immer sagt so ja du bist ja schon ein heftiger soldat wenn du das alles machst okay wie komme ich da hoch okay man kann nur hier hoch dass das so vor prüfungen sind um jemanden zu finden so das ist ja nicht so schwer mit schrift taste private i'll bet you five emeralds they don't make it across they ach so vielleicht wenn ich wenn man das in der gruppe spielt und mal hier für einen schönen screenshot oder so noch was noch ein spruch mein five emeralds ist jetzt nicht so viel ich weiß ja nicht wo der trigger ist aber ich versuche mal auf die leiter zu kommen von hier das geht einfacher und wo ist mein applaus hallo ist doch alle jubeln was ich hier tolles geleistet habe mit der schrift taste also das war die leichteste aufgabe von allen wait you actually went and did it i didn't think anyone would do something so completely ridiculous fine if you're still so eager to help after all of this then i'll give you one last task to do i need you to destroy a wall in town so we can add another house lieutenant gren is there to give you the details das ist aber nicht der mit dem tnt oder wo war der denn hier da ist ja das tnt ja stay away from this area it's marked for demolition we're just waiting for a soldier general lecardi sent in to do the job wait you're supposed to be the one handing handling explosives well better than me risking my own neck we have a soldier on the upper level ready to drop an explosive he just needs the signal push that button and run before you blow you're blown to bits welchen knopf ach da ah ähm okay 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 ah und jetzt komme ich hier rein push that button and run eh okay ich muss da einfach rein vielleicht kommen wir ja hier dem geheimnis auf die spur vielleicht does general lecardi know this place exists you should probably check it out vielleicht ist das ja ein doppelgänger ich kenn das nur aus eh so äh dass da gerne mal doppelgänger sind die dann verrückte sachen machen einfach um das hier zu sabotieren aber das hier sieht aus wie ein gefängnis bist du vielleicht der echte general was you were sent here under the orders of general lecardi seems that fool forgot he locked me up in here listen that man can't be who he says he is because i am general lecardi I know that sounds preposterous, the man you spoke to looks exactly like me, doesn't he? Well, let me explain everything I know about that imposter. It is actually a rare gavel creature called Corpus Accipientis, or in layman's terms, a shapeshifter. It took my identity and locked me up in this cell. That thing loves to create mischief. It lives to make others' lives harder. It must be doing horrible things, to my loyal man, that beast. Naja, es hat nur ein bisschen ein paar Späßchen gemacht. I want you to kill it. I know a way into my office, or its office now from here. After all, I'm the one who had this place built. Hold down both wooden plates on the desks over there, and the secret door should open. I'd follow you, but I am unable to leave the cell. Naja, vielleicht werden wir den dann trotzdem wieder treffen, wenn wir oben sind. Both wooden plates. Okay. Ähm, welchen Tischen? Ach da. Okay, das ist so finster. Na gut, äh. Dann kommt halt hier ein. Emerald tin oder auch nicht. Hallo? Boah, ich sehe das. Ich sehe die Druckplatte nicht. Hier ist die doch. Okay, jetzt habe ich getroffen. Und das gleiche. Nee, ich habe das wieder eingesammelt. Hallo? Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Kann nicht so schwer sein. Jetzt. Ah. Okay, jetzt habe ich ein paar Emirates verloren. Naja. Exit. Das heißt Exit. Werde ich dann wieder nach oben? Ähm. Teleportiert? Naja, vielleicht. So it looks like you found me out. You know all I wanted to do was control an army. I wasn't even going to kill anyone. Ja, aber wenn du die mit nutzlosen Aufgaben belastest, dann können die hier ihrer Arbeit nicht nachgehen. But you have to come in and ruin this, don't you? Such a shame. I was going to ask if I could borrow your form for a while. Oh je. Oh je. Ja, wie macht er das überhaupt? Boah, das wäre krass, wenn der, wenn der jetzt mich kopieren würde. Ähm. Wohin? Hier hin? Es ist dunkel. Okay, das war ne... You know, defeating you will allow me to take your form and continue posing as the general. Yes. I'll use my true form to take you out. Okay, der hat keine, keine Elementdingens. Na gut, der hat dafür seine Fähigkeit. Hallo? Komm doch mal ins Licht für einen schönen Screenshot. So, Aufnahme läuft noch. Der hat irgendeinen Spell. Aber ist sehr langsam. Ja, naja. Du bist ja wirklich nicht so, so stark. Ah, Korpus Akzipiens. Hä? Jetzt ist er wohl ein bisschen stärker. Vielleicht hat er ja wirklich dann mehrere Phasen. Das ist schon unangenehmer mit dem Fernangriff. Und vor allem kriege ich ihn jetzt da nicht mehr weg. Okay, ist doch ganz schön stark jetzt. Das war wirklich nur das Vorgeplänkel. Naja, die Hälfte habe ich schon. Ach, jetzt hat er wieder eine andere Form. Alter, das ist ja cool. Das ist cool gemacht. Okay, Fire. Hallo, wo ist er hin? Ach, da. So. Ein bisschen langsamer machen. Malable Slime. Das war dann seine letzte Form. Boah, wo der nochmal die Formen am Ende durch gezogen hat. Das war ja cool. So, und jetzt? Fear not, Soldier. I am no slimy imposter. Now bring me that shapeshifter's remains so I can lock them up. Ja, passt gut drauf auf. So, das scheint jetzt der echte zu sein. Well, looks like you destroyed a big blob of slime and came back without a scratch. Now that's what I like to see. I'm surprised you pulled that off, Thor. When I hunted that thing down it managed to take my form. Guess I can learn a few tricks from you. Well, at least that shapeshifter won't be taking anyone's body anymore. That thing already caused enough trouble when it only took mine. Imagine if it took more. The soldiers understood the situation luckily. Can't believe it got that far. I'll make sure nothing like that what ever happens again. But enough of that. You helped out a tremendous deal and for that you deserve a reward. Changelings chestplate. Okay. Wow, richtig viel XP. War auch wirklich eine sehr lange Quest mit viel Sucherei, Parcours und so weiter. Ähm. Da. Okay. Unidentified. Na, dann würde ich sagen, ich gehe mal nach Thanos um mir das anzugucken. Hier eigentlich. So, hier guckt man auch dann wahrscheinlich auf die Mauer hoch. Na gut. Aber gibt es denn da noch mehr davon? Gibt es denn da noch mehr davon von diesen Viechern? Falls ja, dann ähm dann könnte das ja noch öfter passieren. Was wäre denn hier eigentlich Backbear-Soldier? Ich gucke nochmal hier rein. Oh. Mit dem Helm? Der bewirft mich mit irgendwas. Nicht so stark hier. Okay, was seid ihr denn? Ihr habt hier eine Ameisenbär-Armee. Backbear-Champion. Okay. Oh. Bist du ein Miniboss? Nee. Ich glaube nicht. Das war ein bisschen zu wenig für einen Miniboss. Okay. Krass. Hab ich die schon mal irgendwo gesehen? Ja, die scheinen hier verbreitet zu sein. Und hier kommen wir schon raus. Und hier kommt man wieder raus. Okay. Na gut, will ich euch nicht länger stören. sondern verdufte hier mal. Und sehr, sehr viele Schinkos. So, und da ging es doch auch irgendwo hin. Bin ich aber da nicht weiter gegangen. Okay. jetzt kenne ich ja zum Glück den Weg. Einmal hier hoch. Na komm, das geht ein bisschen schneller. Und hier rüber. ich weiß aber nicht, was das ist. Naja, vielleicht sind das, vielleicht war Thanos mal oberirdisch und das sind so die Reste. Und hier ist ja nichts weiter in diesem Lager. So. Natürlich wissen, was die Changelings Plate was die so kann. Das machen wir eben noch. So, mal wieder hier. Das sind schon ganz schön weit die Wege hier. Weil man immer außen rum muss. Kann nicht einfach so querfeldein sich bewegen. wie man ja um Zinfras rum ist das alles ein bisschen schneller. Braucht man immer ewig bis man von einem Tal ins nächste kommt. So. Da ist der Identifier. Okay. tue mal Oh, da ist auch was. Das hier weg. Ähm, hier. So, was haben wir denn hier? Okay. Eine Allround Verteidigung. Aber dann zieht es einem jeweils eins ab. Okay. Naja, deswegen Changeling, der kann sozusagen alle Formen so ein bisschen annehmen. Aber nicht so richtig gut. Alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut. 1750 ist jetzt nicht so geil. Naja, ist was einfach für die Galerie als Andenken. Hier noch was? Nö. Das da, ja, verkaufe ich dann einfach. Hier noch reingucken. Oh, das ist sogar spannender. Okay, Heiltrank. Nein, jetzt habe ich nur, okay, doch, jetzt 40. So. Shape of night. Hatte ich das schon mal? Agility 50. Na, das kann ich nicht so gut gebrauchen. Super fast attack speed. Ist natürlich ganz nett, aber das Ding habe ich jetzt auch noch. Das ist schnell. Zack, 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 okay. Aber Air Damage. Naja, wohl, Air Damage. Ja, aber ich kriege nie so viel Agility. Woher soll ich hier, also Air Damage habe ich genug, Tokio. Ja, slow attack speed. Naja. Ne, das kriege ich auf keinen Fall hin. Ich kann mal hier, Agility 30. Ich könnte mal hier reingucken. Was tue ich denn mal weg? Na komm, das brauche ich nicht. So. das da. Exosphere. Dexterity braucht das, okay. Naja, Thunder Defense. Schon ganz ordentlich. Dexterity kriege ich auch nicht hin, oder? Ne, 33. Naja, 40 ist jetzt nicht so weit entfernt. Vielleicht mit irgendwelchen Items. Na gut, ich werde ihn mal behalten, aber okay, das da kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber wird wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. so. Du kriegst mal das Teil und du kriegst das da und das da. und das da und das da und Shade of Night ja, komm, kriegst der auch. was soll's. So, Exosphere behalte ich und das behalte ich auch. Na gut, dann haben wir das Rätsel mit der Military Base gelöst und haben einen Changelink kennengelernt oder einen Shapeshifter und ja, aber vielleicht gibt's ja noch mehr von denen. Kann sich jetzt nie so ganz sicher sein, ob das wirklich der echte, die echte Person ist oder nur ein Fake und vielleicht sind ja andere nicht so harmlos. Ich meine, der hat ja nur so ein paar Späßchen gemacht, aber vielleicht sind andere nicht so harmlos. Naja, gut, beim nächsten Mal mal gucken, was ich mache, ob ich mich hier umsehe oder vielleicht mal nach Kira gehe also zu Kira the Hive und mir das mal anschaue und da mal die ersten Schritte wage und ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal sagt der Looy